Ich schmelde mich zurück aus der Welt der Dunkelheit in Diablo 3 Reapers of Souls. Und bevor wir ansprechen, können wir eben in die Stadt zurück. Sachen wieder loswerden, Platz schaffen. Ja, macht man schon. Natürlich. Können wir weghauen. Moment, ich habe irgendwas im Auge gerade. Ich hoffe, ihr verfolgt es noch weiterhin. Und es gefällt euch. Jetzt haben wir hier keinen Schaden drauf. Scheißen, Dreck. Reparieren. Ich weiß nicht hier. Ich bin froh, wenn wir den Mönch durch haben. So viele schöne Sachen. Das können wir eigentlich weghauen. Das auch, das auch, das auch. Und das auch. Und dann tun wir das ein bisschen rein. Dann haben wir eben hier Platz wieder. Und ein bisschen Gold. Und was haben wir noch Schlechteres? Und die sind jetzt auch nicht der Burner. Machen wir schon. Wenn ihr es so habt, okay. Wir brauchen nur ein bisschen Platz. Das ist auch alles so. Jetzt war nicht das Beste. Bis von vorher noch. Aber die... So eine Intelligenz auf die Beine drauf, oder was? Hä? Warum habe ich Intelligenz da drauf? Wir brauchen Geschicklichkeit. Ach du Kacke. Wir brauchen ja Geschicklichkeit auf die Beine platten, wie ich sehe. Ist mir die ganze Zeit nichts aufgefallen. Gut. Dann machen wir es halt jetzt. Dann machen wir wieder etwas mehr Schaden. Yeah. Oh, hier. Nee. Juwelen brauchen. Oh. Moment. Niesen. 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 Nies. ... ... ... Das war's für heute. 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 Genau wie der Prophet es vorgesehen hatte. Aber nicht mit mir. Ich habe lediglich etwas Zeit gebraucht, um einen Ausweg zu finden. Das wusste ich nicht, Isa. Der Prophet hat es mir nie gesagt. Das war's für heute. Sie taten es aus freien Stücken. Ihr Opfer soll keine Last sein, sondern ein Geschenk. Aber was soll ich tun? Lebe. Erfülle die Bestimmung, für die ich dich ausgebildet habe und für die deine Schwestern ihr Leben gaben. Ich habe das Mikrofon vergessen zum Einschalten. Ihr werdet es bestimmt bemerkt haben. Ich habe gesprochen und ihr habt es nicht verstanden. Eben durch meinen Niesen. Entschuldigung dafür, aber es geht weiter. Wir sind wieder zurück. Was haben wir bekommen? Einen Scheißdreck. Super. Nichts zu reparieren. Freut mich. Wir sprechen hier Speicherpunkt mit Weltwebel Samuels. Totenbeschwörer. Gut. Hier da das Beutel. Teil 7, das hatten wir schon, oder? Aktuell so der Westmark von Justinian IV. regiert. Ursprünglich für einen unerfahrenen Jüngling gehalten, behauptete sich Justinian in den Jahren nach seiner Thronbesteigung. Noch immer halten sich Gerüchte, dass bei seiner Krönung dämonische Aktivitäten eine Rolle gespielt hätten. Doch ich glaube, dass dies allein auf Einbildungen zurückzuführen ist, die von den weit verbreiteten Mythen der Zaka Ruhm befeuert werden. Und Lorat. Nar. Die neue Horatrim. Die neuen. Wenn all dies vorbei ist, wird Tyrael Nachfolger für diejenigen finden müssen, die in der Gruft von Rackis gefallen sind. Und er wird den Orden der neuen Horatrim weiter ausbilden und erweitern. Mit allem, was ich an eurer Seite durchgemacht habe, glaube ich, dass ich dazu auch meinen Beitrag leisten kann. Gut. Sehr schön. Haben wir hier noch jemanden zu sprechen? Fangen wir mal. Das Juwel von dir. Dirgist. Das Juwel von Dirgist. Seis Juwel befindet sich hier, in Westmark. Dann müssen wir es wiederfinden. Zuerst essen wir zu Abend. Dann suchen wir nach dem Juwel. Sorgt euch nicht. Es wird dort schon nicht davonlaufen. Hm. Es ist 9.35 Uhr morgens. Und so, er will jetzt schon am Abendessen denken. Ja, hier ist es. Das Juwel ist hier. Schell, komm zurück. Keine gute Idee, dass er da vorrennt. Ich gehe jetzt auf nochmal zurück ein bisschen, weil hier, nicht, dass wir hier was haben. übersehen haben. So ist es. Gibt es etwas, das ihr über die Vergangenheit wissen möchtet? Gab es zu eurer Zeit mehr, Götter? Mehr als heute. Der Einfluss der Sakaroumen war noch nicht zu stark. Viele der damaligen Götter gingen verloren. Ich frage mich, ob sie verschwanden, als es niemanden mehr gab, der ihnen huldigte. So. Wir haben ja jetzt wieder mehr Platz. Können wir wieder einiges mitnehmen. Wo ist er denn jetzt? Und hier mit dem, weiß ich immer noch nicht. Ah, das ist die Brunnen. Für die Brunnen der Reflektionen kriegt man die, oder wie? Verstehe ich nicht. Ich dachte, das wäre vielleicht der Stein, wo man sieht, dass, also wenn man lange nicht gespielt hat, dass das die Erfahrungspunkte eben doppelt verdoppelt oder so wie bei World of Warcraft, aber so ist es doch nicht. Und dass dem auch ein Game ist von Blizzard. Da ist er doch nicht der Fall. So. Da ist er. Jetzt fällt er da rein. Ohne. Habt ihr euch verletzt? Komm da raus. Komm da raus. Junge. Und ich sehe da was Schlimmes da drin. Wartet auf uns. Oh Gott. Attacke. Die werden mich ja kurz und klein schlagen. Oh. Komm da raus hier. Nein. Scheiße. Scheiße. Sie werden mich kurz und klein schlagen. Nochmal. Ich habe doch eine zweite Chance verdient, oder? Geht doch. So. Schön. Komm. Wo bist du? Der ist da reingefallen. Jetzt müssen wir wahrscheinlich da runter irgendwie. Ich krieg sie nur hier unten. Alles in bester Ordnung. Puh. Moment. Was ist das? Ich weiß es nicht. Eine wilde Kreatur. Was ist das? Oh, ho, ho, ho. Ich bin nur hier unten, alles in bester Ordnung. Moment, was ist das? Was hier überall lang geht, Wahnsinn. Dieses Vers cooperation bringt auch, bis er braucht, Dich weg. Was haben Sie dann schon gefunden? Oh, muss ich hier schnell noch? Und ein Heiltrank, jawohl. So, dann gehen wir hier noch rauf. Ich bin noch nicht wieder bereit. Gut, dann können wir wieder zurück. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Geht's hier oben links weiter. Also zurück. Mann, 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 Mann. Ja, ja, ja. Wir wissen es, dass du da unten bist. Ja, ja, ja. Ich glaube nicht, dass ich euch da helfen kann. Ich leide mich einfach und denke wenig darüber nach. Ihr seid zu bescheiden. Gut, Ebene 2. Da ist er, oder? Für uns. Komm, schauen wir mal. Und wir das Juwel finden werden. Ich glaube, da ist die Truhe. Nein. Ach, es freut mich euch erneut haben, zu können. Sollten wir wirklich öfters. Das nächste Mal vielleicht zu einem der Nachnamen. Ich bin eingesperrt. Der denkt nur, wir uns fressen. Hau da weg. Wo ist es nur? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das ist da drin bestimmt. Oh, du kleines Jumil. Wo schreckst du bloß? Ich werde nicht finden. Das ist da drin. Das ist da drin. Das ist da drin. Also, wie ich mir gedacht habe. Das ist schon da drin. In der Mitte. Nein. In der Truhe wird es liegen. Wie ich schon gedacht habe. Oder geht es hier weiter? Oh, da geht es weiter. Okay. Na komm, greif an. Okay. 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 Ach so. Da geht's. Oh, da geht's. Das war ein guter Weffer. Das war ein guter Treffer. 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 Das war ein guter Treffer.